Unni, unni, unni! Oh! Steil spielst du, oder? Ha 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 ha! Und der Hunde kommt! Die, die, die! Die, die, die! Woo! I love it! Hey! Wow! Der bleibt da. Nice! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Woo! Oh! Yeah! 2 zu 0. Das war ein Verwicht für uns, für die Schweiz, aber auch für die deutsche Teamwacker. Manu Loma Möbelis nimmt die Abschäden mit den Leuten zu. Eben Mittag. Applaus für die Tierherren hier von Sainte-Fort. Nico Bärle, Alexe Strassen qualifiziert.